Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tutorial Ich habe kleine Informationen an euch zu sagen Wartet Leute, ich will es euch mal kurz was zeigen Das darf ich ja, ist ja erlaubt die Edits hochzuladen Schaut gerne alles vorbei, mein Kanal, abonniert mich gerne Also, abonnieren bitte So, warte Es kommen Also, ich meine damit ja, es kommen nur die, also es kommen nur zwei Tage Videos, also warte Ich kann es mal zeigen bei einem YouTuber Hier, wie er das gemacht hat, das fand ich eine gute Idee Kopiere ich mal kurz, füge ich mal kurz ein Also, ich will es ja nicht klauen Bei mir ist es unterschiedlich, da schreibe ich noch eine Uhrzeit Ähm, brrr Und dann Äh, äh 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 Klappe Äh Also, sorry 14 Und 16 Uhr ein Video Also, warte Ich kann es euch zeigen Der war, also hier vor zwei Wochen Der war, also hier vor zwei Wochen Der war es ganz Musst gucken, wie es dann, was es neu sein kann Hier zwei Dann muss nochmal vier Sechs Acht Zehn, zwölf und so weiter Also, zwei Vier Wie bei mir zum Beispiel, warte Äh Also, bei mir ist es dann Bei mir ist es so Ein Da müssen eine zwei stehen Vier Sechs Acht Ja Ich hab ein Zwei Drei Vier Fünf Fünf Videos am gleichen Tag hochgeladen Keine Angst Leute, es kommen noch mehr Videos davon Hier von Erwes auf Rom, League of Legends und so weiter Also, jeden zweiten Tag kommt zwei Videos bei mir Kann ich euch schon mal sagen Wenn es mal nicht sein sollte, mache ich ein Video Sag ich dann, oh, entschuldige Leute, dass kein Video mehr kommt Ich bitte, ich hab keine Zeit wegen Schule, ist auch was zu tun Oder Arbeit, was auch immer Muss auch Videos cutten Hab kein Cutter Und da Gute Idee, ihr habt mir gute Idee gebracht Leute Ähm Google Ja Ich mach gleich noch ein Video, lad ich erstmal hoch Hier Es gibt ein kurzes Tutorial Kommt dann bei Übersicht hier als erstes hin So, also hier 146 So, mein Video ist auch beliebt Aufmerksamkeit, hoffentlich bleibt das Dann meine Webseite machen Wie man das macht, habe ich auch schon erklärt Ähm, da sind nur die Kanäle, die ich abonniert habe Oder hinzugefügt dabei Abonnentenliste Soll ich das Thumbnail nehmen, oder Oder das hier, das Thumbnail Oder lassen halt Standort Ja Also Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag Bis gleich Wir sind grad nicht spät, 21.19 Aber egal, es kommen immer aktive Videos Ihr geht dann hier auf Erweitert Hier Dann denkt ihr, ihr habt kein Internet Und dann könnt ihr aber trotzdem spielen Hier Seht ihr ja, gell Ähm Und das war's jetzt wirklich, Leute Ciao